Sehr geehrte Damen und Herren, Mädchen und Jungen, große und kleine Hunde, wir werden gleich mit dem Aufbau des Zeltes beginnen. Also Fellfreunde, auf drei. Eins, zwei, drei. Und, ist das gut so? Prima, bauen wir das Zelt auf. Die Stangen kommen schon. Ich bohre schon die Löcher. Chase, die Seilwinde. Seilwinde kommt sofort. Alles klar, Chase. Hoch mit dem Zelt. Geht sofort los. Wunderbar. Jetzt fehlt nur noch die Fahne. Daran haben wir schon gedacht. Sky. Ich bin der Flughun. Wir haben es geschafft. Das Zelt stieß. Die Tribüne ist gleich fertig. Geschafft. Das Trapez ist an seinem Platz. Ich mag die Nummer mit der Wippe. Ich auch. Wir müssen zu Ende aufbauen. Ich weiß aber, immer wenn einer von uns landet, zieht der andere automatisch in die Luft. Ich fang dich auf. Danke, Ryder. Ja, danke. Mir ist schon ganz schwindelig geworden. Hallo, Leo. Was gibt's? Nicht so laut, Leo. Ich verstehe kein Wort. Ei, ei, ei. Ist doch nicht so schlimm. Ich lasse mir etwas einfallen. Alles in Ordnung, Zirkusdirektor? Das war Leo. Er ist wütend, weil die Reparatur so lange dauert. Löwen regen sich schnell auf. Jetzt atme erst mal tief durch. Hoffentlich klappt das mit der Reparatur. Die Leute stehen schon Schlange. Na bitte, da kommt er. Die Vorstellung kann beginnen. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe schlechte Nachrichten. Die meisten Tiere und Artisten werden nicht auftreten können. Ich fürchte, die Vorstellung fällt aus. Oh, was? Kein Zirkus? Ich habe mich so gefreut. Ich auch. Nicht traurig sein, Fellfreunde. Ich weiß, wer die Vorstellung rettet. Was? Meine Damen und Herren, die heutige Vorstellung fällt nicht aus. Ich habe gute Freunde, die ganz tolle Kunststücke können. Ja! Ja, wer ist das? Die Paw Patrol. Sie tritt heute im Zirkus auf. Was? Oh, 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 oh. Oh! Meine Damen und Herren, Marshal, der umwerfende Clown. Ja! Vielen Dank. Jeder von euch kann etwas, das wir vorführen können. Gut, fangen wir an. Ich mache mit. Ich auch. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja! Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Abend habe ich eine ganz besondere Überraschung für Sie. Einen Gast, Zirkusdirektor. Danke, Herr Zirkusdirektor. Wir geben eine ganz besondere Vorstellung. Ich verspreche Ihnen einen tollen Abend mit unserer Hundenummer. Flügel! Ja, ich bin der Flughund. Toll! Und jetzt ohne Flügel. Mein Haus, mein Haus, mein Haus brennt. Ich lösche das Feuer. Wasserdüsen. Nein! Ich lösche das Feuer. Ich lösche das Feuer, was sie selbst bekommen. Überraschungyalikt. Gib ein Aus � Kent lost, gehen hier auch nicht. Da Indo 2008 war Timo, aber nachdem ichanda gerneöhem Italian für Ahnung. Ich bin ein Lauchiger, w respectively. Was ihr mit? Ich bin einćandный Timo bei�i. Untertitelung des ZDF, 2020